Jeder Mensch lernt auf unterschiedliche Art und Weise. Seine eigenen Lernerfolge zu verbessern, ist sogar gar nicht so schwer. Untersuchungen haben ergeben, dass wir Informationen besser aufnehmen und länger behalten, wenn sie uns über möglichst viele Wahrnehmungskanäle erreichen. Nutzt man zum Lernen nur einen Wahrnehmungskanal, wie Lesen, Sprechen, Hören oder Schreiben, behält man lediglich 30% des Gelernten im Gedächtnis. Der Lernerfolg steigert sich, wenn man mehrere Wahrnehmungskanäle gleichzeitig nutzt. So können 90% des Gelernten wieder abgerufen werden. Wenn du es also schaffst, beim Lernen möglichst viele Sinne zu nutzen, steigerst du deinen Lernerfolg und behältst das meiste im Gedächtnis.